Jeden Abend um die Zeit kommt der kleine Mann, der unter mir wohnt, von der Arbeit nach Hause und pfeift glücklich. Er kann nicht in seine Wohnung gehen und da pfeifen, nein. Er muss sich unten auf den Hof stellen zum Pfeifen und alle Vögel zwitschern mit, wenn ich einst nicht ausstehen kann. Dann ist es das Glück eines Idioten, ein grundloses Glück. Der ganze Block hier ist voller Idioten. Ich komme nicht raus, ohne dass mich einer von denen belästigt. Heute Morgen erst wollte ich in meinen Wagen steigen und da war da der Hausmeister. Ich wasche mein Auto, erklärt er mir und in der Tat wusch er sein Auto. Mit warmem Wasser, ergänzte er, da geht der Dreck besser ab. Er hat ein rundes englisches Gesicht und einen runden englischen Akzent. Und wenn Sie wissen wollen, was ein rundes englisches Gesicht ist, dann zeige ich Ihnen mal unseren Hausmeister. Und der Verwalter und seine Frau schleichen auch immer rum, schrubben, fegen, putzen, polieren und bringen Schuss. Sie betrinken sich nie, sie gehen nie zum Pferderennen, brüllen sich nie an. Er geht zwar manchmal in seine Wohnung, aber sie streift ständig draußen rum und schnüffelt und eugt. Sieht aus, als wird's schön heut, sagt sie meistens. Oder aber, heut kommt die Sonne anscheinend nicht raus. Nö, antworte ich, anscheinend nicht. Ich hatte eine ganz schlechte Woche. Die meiste Zeit hänge ich auf dem Parkplatz vom Safeway an Fon rum und wartete darauf, dass Frauen aussteigen und ich an ihren Beinen hochsehen kann. Das ist eine ganz schlechte Woche. Immer mehr Frauen tragen Hosen. Ich sitze da und liese Zeitungen und sehe, wie eine vorfährt. Ich bin in idealer Position, auf der Seite, wo sie aussteigt und habe freie Sicht. Ich sehe, dass sie ziemlich jung ist und frustriert, unaufmerksam und irgendwas denkt, den Speckpreis oder ob sie Mandarinen kaufen soll. Ich denke, ich kriege Bein zu sehen, wenn ihr beim Aussteigen der Rock hochrutscht. Ein bisschen Knie, Strumpf, Unterrock, nackte Flanke. Ich warte, die Wagentür geht auf, sie steigt aus und sie hat eine Hose an. So geht es schon die ganze Woche. Die Frauen tragen keine Kleiner mehr. Ich komme nach Hause und kann nicht schreiben. Die Gedichte bleiben aus, die Stories bleiben aus. Ich fahre zur Rennbahn und verliere. Ich laufe im Zimmer auf und ab. Der Typ unter mir spielt auf dem Akordeon. Ich habe einen Brief bekommen. Der Traum von heute Nacht geht mir nicht mehr aus dem Kopf. Du hast natürlich eine Hauptrolle drin gespielt. Und bevor mir der Drang, dir zu schreiben, ganz abhanden kommt, erzähle ich ihn dir mal. Wir waren zu dritt, du, ich und meine Schwester. Du sagtest, du wolltest mit ihr schlafen. Sie hatte einen roten Strohhut auf dem rabenschwarzen Haar. Und ich sagte, nein. Und du hast mich angesehen und sie bei der Hand genommen. Sie war still und überlegen. Teufel, sage ich, das sehe ich mir an. Da niemand was dagegen hatte, setzte ich mich auf den Bettrand und sah zu. Also es gab keine fleischliche Vereinigung. Das heißt, ihr habt nicht gefögelt. Aber einen langen, schönen Kuss besitzergreifend. Ich drehe den Kopf weg, Szenen wechsel. Jetzt sind wir zu dritt bei mir im Schlafzimmer. Und ich liege auf einem schmalen, schmalen Bettchen, in das nur einer passt. Du kommst gerade vom Schneider und trägst den neuen Anzug, der noch nicht fertig ist. Man sieht so große Nähte an den Rändern. Außerdem hast du einen irischen Hut auf und den wirfst du mit großer Geste lächelnd auf den Boden. Ich komme mir vor wie ein Patient vor der OP. Meine Schwester steht da, in ein Handtuch gehüllt und hat dicke blaue Adern an den Schenkeln. Ich werde gleich zu ihr gehen, weil sie ein Doppelbett mit Daunensteppdecke hat. Aber erstmal beugst du dich über mich. Du bist dreimal so groß wie in Wirklichkeit und küsst mich mitten auf den Mund und drückst mir ein paar Münzen in die Hand. Behalt dein Kleingeld, sage ich. Und mir bricht das Herz in Erwartung dessen, was kommt. Ach Liebling, sagst du. Das ist kein Kleingeld. Die Pferde waren gut zu mir, schau nochmal hin. Und tatsächlich sieht man, es sind lauter 10 und 20 Dollar Stücke. Es ging noch weiter, aber das ist wirr. Ich werfe den Brief weg und gehe Pissen. Komm raus. Und lege mich auf der grünen Couch lang. Meine Freundin war Taxitänzerin. Nicht die, die den Brief geschrieben hat. Aber das ist vorbei. Jetzt ist die Barkeeperin. In der Seitenstraße der Albuado Street. Und sie wird schicke Alkoholiker kennenlernen. Und dann bin ich wieder allein. Ich gucke an die Decke. Schriftsteller bin ich angeblich. Ich kann nicht mehr schreiben. Darauf haben alle gewartet. Bukowski, der harte Hund, unfähig, abgelatscht und tattrig. Mein Gott, mit Pauken und Spruchbändern werden sie durch die Straßen ziehen. Ich werde keine Hassbriefe mehr bekommen. Naja, die Menschen ändern sich. Das geht auch nicht immer gut. Tolstoi wandte sich am Ende Gott zu und wurde seicht. Gorki hatte nach der Revolution nichts mehr, worüber er schreiben konnte. Das Passos wurde Kapitalist mit dem Gesicht wie ein Herrenfriseur und starb in den Bergen hier über mir. Celine wurde plemplem und konnte nicht mehr lachen. Shostakovich änderte sich nie, schrieb seine fünfte Sinfonie und schrieb sie in allen, die erfolgten, immer wieder. Mailer wurde ein kluger Journalist, wie Capote auch. Pound wurde einfach immer unzugänglicher und sagte Adieu. Spender stieg aus, Orden stieg aus, Olsen biederte sich beim Publikum an. Queeley wurde wütend und verbissen. Er vor allem Lincoln hasste die Schwarzen und Faulkner trug ein Korsett. Ginsberg hörte sich selbst zu gern und er lag seiner Stimme. Und Henry Miller, alt und längst alle, fickt schöne Japanerinnen unter der Dusche. Und ich stehe auf, weil das Kaffeewasser kocht. Dann mache ich mir eine Tasse Kaffee. Meine Freundin hat ein großes Haus und da bin ich oft. Ich sehe mich im Zwölfjährigen fern. Er sieht viel mehr fern als ich, aber ich halte noch ganz gut mit. Wie viele Werbespots hast du heute schon gesehen, Junge? Hundert? Nee, antwortet er, mehr. Wir schauen einen Film nach dem anderen. Gleich, sage ich, kommt der Bruder mit dem Messer rein. Der Bruder kommt mit dem Messer rein. Und jetzt ist der Sarg leer, sagt der Junge. Der Sarg ist leer. Hat man einen Film gesehen, hat man sie alle gesehen. Es ist immer wieder das Gleiche. Meine Freundin sitzt nebenan und schreibt sich neue Gedichte. Ich trinke den Kaffee, dann nehme ich einen Bad. Irgendwann erzähle ich ihnen von dir, sagt meine Freundin. Dann erzähle ich, dass du Angst vorm Dunkeln hast. Dass du fünfmal am Tag badest, aber keine Seife nimmst. Dass du ein Messer an der Tür kleben hast. Ich fürchte, es interessiert niemanden. Ich trockne mich ab und ziehe mich an. Ich habe kein Klopapier mehr. Also nochmal zu Fonz. Ich gehe die Treppe runter. Hören Besen. Es ist die Verwalterin, sie fegt. Ganz in Weiß. Sie ist immer in Weiß. Abends kühlt es jetzt schnell ab, nicht? Sagt sie zu mir. Allerdings, antworte ich. Ich kann zu Fuß zu Fonz gehen. Geradeaus die Oxford hoch. Dann links ab zur Western. Ich wohne in der Mietshausstraße. In einer besonderen. Die Leute hier saugen jeden Tag Staub und gehen nie schlafen, ohne vorher abzuwaschen. Sie benutzen Raumspray und schauen abends drei Nachrichtensendungen. Keiner hat Kinder oder Hunde oder Schlafstörungen. Und wenn sie trinken, tun sie es ganz im Stillen und lassen ihre Flaschen im Müll verschwinden. Jeden Abend um zehn tritt absolute Ruhe ein. Ich gehe in einer Parterre-Wohnung mit einem großen Fenster zur Straße vorbei. Für mich ist das die Wohnung der Dolly Sisters. Die Dolly Sisters sitzen den ganzen Tag an dem großen Fernseher, unterhalten sich, trinken Tee, essen Plätzchen. Sie haben viel Schminke auf den harten, dümmlichen Gesichtern. Die grauen Haare sind rot gefärbt und sie tragen zehn Zentimeter lange falsche Fingernägel. Ihre Lippen sind dick bepackt mit rotem Lippenstift. Sie sehen mich vorbeigehen und ich nicke ihnen zu wie ein Herr vom Land. Sie halten mich für einen Zirkuskonferencier auf Rente. Sie ahnen nicht, dass ich ein runtergekommener Schriftsteller von Weltrang bin. Alle drei betrachten mich und eine schenkt mir ein breites Lächeln. Es ist wie der Todeskuss eines Lepra-Kranken. Sobald die Sonne untergeht, wird ein riesiger violetter Vorhang vor die Scheibe gezogen. Die Dolly Sisters haben Angst, vergewaltigt zu werden. Bei Fons ist es ziemlich leer. Die Berufstätigen sind noch nicht da. Ich hole mir einen Wagen, weil ich noch das ein oder andere mitnehmen will, wenn ich schon Klopapier brauche. Ich biege um die Ecke und da sehe ich sie. Stöckelschuhe, kurzer Rock, weiße Bluse, die Haare hochgetürmt. Der Rock ist nicht nur kurz und eng, sondern hat auf beiden Seiten einen langen Schlitz. Die Strumpfhose ist oben dunkel abgesetzt, sodass sie nach ein paar Nylons aussieht, wie Frauen sie getragen haben, als sie noch Frauen waren. Aber es ist eine Strumpfhose. Die dunkle Partie sieht man nur, weil der Schlitz im Rock so hoch geht. Die Frau ist Ende 30, mit eher hässlichen, einfältigen Zügen, zwei Perlorringe baumeln, an langen, dicken Kettchen. Ihre Wangen sind eingefallen, der Mund klein, schlaff und dümmlich, aber sie ist hochgewachsen und ihr Körper bewegt sich und die Schlitze sind da und sie bückt sich und sie greift nach einer Dosensuppe und einen Moment lang sehe ich den Saum ihres Höschens. Sie richtet sich auf. Sie weiß, dass ich sie beobachte, aber sie lässt sich nichts anmerken. Ich fahre nicht allzu auffällig hinter ihr her. Ihr Rock ist weiß mit rosa Streifen. Die Farben flutschen mir ins Hirn. Wieso hat sie diese Schlitze im Rock? frage ich mich. Ich kann die Frage nicht beantworten. In der Fleischabteilung bin ich neben ihr. Sie steht vor den Lammkoteletts und sie starrt auf die Lammkoteletts. Entschuldigung, sage ich. Sie sieht mich an, macht aber nicht den Mund auf. Ihre Augen sind ausdruckslos und leer. Entschuldigung, wiederhole ich. Ja, sagt sie. Sehen Sie nicht die Sekretärin von Henry Miller? Henry Miller? Ja, der Schriftsteller. Nein, ich bin nicht seine Sekretärin. Sie wendet sich ab und sieht wieder auf die Lammkoteletts. Es ist, als wäre meine Hand losgelöst von meinem Willen. Ich merke, wie sie sich auf ihre nächste Pobacke zubewegt und kann sie nicht aufhalten. Die Hand landet federleicht auf der Backe unter dem rosa gestreiften Rock und die Finger kneifen sacht rein, ehe sich die Hand wieder hebt. Ich schiebe meinen Wagen weg. Fünf Gänge weiter blicke ich zurück. Sie steht immer noch vor den Lammkoteletts, ist aber knallrot im Gesicht. Ich schaue nicht weiter. Ich fahre zur Kasse, um zu bezahlen. Ich habe mein Klopapier und eine Dose haschiertes Kornbeef. Die Warteschlange ist kurz. Schon bin ich draußen und kaufe eine LA Times. Ich will die Rennergebnisse wissen. Ich wende mich nach Osten, Richtung Oxford, und gehe nach Hause. Die Dolly Sisters sind gerade dabei, ihren violetten Vorhang zu schließen. Es geht auf den Abend zu. Ich schaffe es, in meine Wohnung zu kommen, ohne dass mich jemand anspricht. Ich hänge das Klopapier auf und lege mich auf meine grüne Couch. Oben ist nix als die Decke. Das Leben eines Schriftstellers ist unerträglich. Einmal war ich auf einer Party, erzählt sie mir, und ich war plattgefickt. Ich schlief auf dem Boden und dann kam so ein Typ mit seiner Freundin rein und sie hat eine Flasche Schildkrötenöl dabei. Und die haben mich aufgehoben, mich mit dem Gesicht da unten aufs Bett gelegt und sie hatte das Schildkrötenöl in der Hand und er seinen Schwanz und ich liege auf dem Bett und mache im Schlaf und sie spreizt mir das eine Bein zur Seite weg und er zieht das andere auf die andere Seite und nimmt das Schildkrötenöl und reibt mir damit die Möse ein. Davon werde ich ein bisschen wach und mache ich bin müde, ich schlafe noch. Aber er lässt mich nicht. Er steckt mir den Schwanz rein und fängt an mich zu vögeln und wird aber immer wieder schlaff. Er hat nämlich den ganzen Abend noch mit keiner gefickt. Beim Ausziehen war der Erste, aber er betrinkt sich immer nur und fängt dann Streit an. Er geht auf diese Fickpartys, besäuft sich und legt sich mit allen an, fickt aber nicht und an mich hält er sich dann, weil ich schlafe. Und streicht mir also die Möse mit dem Öl ein, fängt an mich zu vögeln und sagt zu meiner Freundin, gib mir nochmal das Schildkrötenöl, sie braucht mehr Schildkrötenöl. Und sie sagt, das reicht doch Schatz. Aber er sagt, nee, gib mir noch was. Und er ölt mich noch mehr ein und vögelt wieder los. Und wieder wird er schlaff und sagt, gib mir nochmal das Schildkrötenöl. Und sie sagt, das reicht doch Schatz. Und dann nimmt sie ab und klatscht noch mehr drauf und fickt mich weiter und wird immer wieder schlaff. Und sie ziehen immer wieder diese Nummer ab. Schließlich pumpt er einfach drauf los mit seinem schlaffen Schwanz und nichts tut sich. Inzwischen bin ich wach und wegen des Schildkrötenöls ist überhaupt nichts zu spüren. Ich meine, er flutscht bloß so rum und ich mach mein Aha, Aha, Aha. Und er macht Und sie sagt, das ist genug Schildkrötenöl, Schatz. Und da liegt und da liegt noch Brett auf dem Fußboden. Brett ist mein Freund. Und sie geht zu dem hin und schüttelt ihn und sagt, Brett, Brett, wir müssen los. Denn sie hatten uns mitgenommen und Brett sagt, ja, ist ja schon gut, schon gut. Und schläft wieder ein und dieser Typ macht Aha, Aha, Aha. Und ich mach, Oho. Und er sagt, gib mir noch mal Schildkrötenöl. Und sie sagt, du hast genug Schildkrötenöl gehabt, Schatz. Und geht zur Tür raus und knallt sie zu. Und dann nimmt er die Flasche mit dem Schildkrötenöl und schüttet sie auf mir aus. Ihr geht's wahrscheinlich schon ums Ficken, aber sie fickt auch mit keinem. Sie läuft nur nackt auf der Party rum und zettelt diese Streitereien für ihn an. Er zankt sich mit ihm, dann zankt er sich mit anderen. Wir schwimmen also schließlich in Schildkrötenöl. Und ich bin hellwach und der Typ schläft auf mir ein und er wiegt um die 90 Kilo. Das war Schildkrötenöl für 25 Dollar. Und er ist auf mir eingeschlafen und sein Schwanz wird schlaff und hebt sich in meine Arschfalte, weil er klein wird und schlaff. Und ich find's ganz schrecklich. Das Zeug tropft an mir runter. Es tropft auf meine Sachen. Alles trieft. Und er hat's mir in die Haare geschmiert und schnarcht mir ins Ohr. Krrrr, krrrr, macht er. Und Brett auf dem Fußboden schnarcht auch, bloß noch lauter. Sie kommt also schließlich wieder rein und sagt, Brett, steh auf, wir müssen fahren. Und Brett sagt, ja, ja, schon gut. Und er steht wirklich auf und findet alles bis auf seine Socken. Jemand hat ihm die Socken geklaut. Und schließlich kriegt er auch den Typ von mir runter. Und wir ziehen uns an und steigen ins Auto. Sie vorne, wir hinten. Und prompt schläft Brett mit dem Kopf auf meinem Schoß ein. Und wir haben den langen Heimweg von Orange County vor uns. Und die zwei fangen an zu streiten. Und ich kann bald nur noch lachen. Und sie schläft ein. Und auf der ganzen Heimfahrt schwadroniert der Typ, dass er Stricher in Fort Lordwell, Florida ist. Dabei kenne ich ihn von drei Partys. Und der Typ hat noch nie einen Ständer gekriegt. Einmal habe ich ihn einen runtergelutscht. 20 Minuten habe ich ihm einen Schwanz gelutscht. Und der Typ ist erst steif geworden, als er kam. Er wird hart. Und dann kommt er auch schon. Und ihm kam so wenig, dass ich das locker schlucken konnte. Ganz locker. Da ist nicht mal was aus dem Mundwinkel gelaufen. Nichts zur Nase rausgekommen. Ich musste nicht mal heulen. Der Typ ist so armselig. Wirklich. Jetzt lässt er sich im Bad stehen. Und wenn er an die Bank kommt, wo ich arbeite, rede er nicht mal mit mir. Wieso nicht? Meinst du, die sind sauer auf uns? Der ist so armselig, der Typ.